So, doch noch nicht an Weihnachten, sondern einen Tag davor, wie ich gerade gemerkt habe. Nächste Folge. Und ja, was haben wir? Wir haben hier unten einen Strohhut, der hier rüber guckt. Zum Glück aber von niemandem weiter gesehen wird eigentlich. Und dazu die Wache. Das einzige Problem ist, Takuma kann den zwar ausschalten. Die Frage ist, von wem würde der alles gesehen werden? Wir werden mal schauen. Steht der etwa hier? Der hier oben scheint ihn nicht zu sehen. Der aber, okay, ist schon erledigt, der Plan. Es ist immer noch die Frage, was einfacher wäre. Also hier hinten müsste ich ja wahrscheinlich schwimmen, um hier in die Tee-Zeremonie zu kommen. Und hier oben. Oh, shit. Hier laufen so viele rum. Was geht eigentlich? Hier oben ist nur einer. Zwei. Zwei hier mit dem drei. Ah, ich fange erst mal an. Ich gehe halt von innen, wenn du das möchtest. Ist mir doch egal. Ähm. Ich fange von da pfeife. Und die Fälle hier vorne platziere. Ja, fast. Es ist so nicht ganz geplant, dass er an der Falle vorbeiläuft. Vielleicht auf dem Rückweg. Mal gucken. Wir sagen, das war so geplant. Ich weiß nicht, warum die mich manchmal im Busch direkt sehen. Und jetzt konnte ich gerade quasi 50 Zentimeter vorne in dem Busch verstecken. Und das hätte ich einfach nicht gejuckt. Ist teilweise schon sehr abenteuerlich dann. Okay, das ist mies, dass die da rüber gucken kann. Right. Shh. Ich könnte jetzt aber noch mal das mit dem Pfeifen probieren. Wake up, little June. Why are you riding? I heard that. An evil spirit perhaps? Gucken wir mal, der jetzt so besser rein geht. Shuriken Jutsu. Such a good trap. Okay, ne, da kommen dann wieder neue Wachen. Ne, das ist nicht gut. Right. Shh. Shh. Hat der ihn gesehen? Oder was ist der? Ne, da, fool. Ich muss die beiden hier ausschalten, auf jeden Fall. Davon muss ich auf jeden Fall Hayato und den anderen da hinkriegen und Yuki. So, die Frage ist, wie weit kann der gucken? Sieht der beide hier? Ja, er würde nur den sehen. Das hat sehr gut funktioniert. Wenn ich zwischendurch immer nicht kurz rede, ist das, weil ich die Luft anhalte. Okay, das heißt, ich könnte jetzt theoretisch auch, wenn ich das will, Takuma da reinholen. Das ist schon mal sehr, sehr gut, dass das geklappt hat. Das werde ich jetzt auch erstmal machen, denke ich. Takuma kann ich im Zweifelsfall hier oben platzieren. Da muss ich nur kurz warten, bis der Zivilist hier wieder weg ist. Dann habe ich da eine sehr gute Ausgangsposition. Das geht jetzt wesentlich schneller, als ich gedacht hätte, die drei essentiellen Wachen hier auszuschalten, die eigentlich mehr oder weniger da alles kontrollieren. Diesen gesamten Eingangsbereich. Ich denke, ich werde mich tatsächlich mit Takuma an dem Schuss versuchen, weil er seine persönliche Rache an Lord Yabu will. Was auch immer er ihm getan hat, das weiß ich halt nicht. Also kurz mal warten, bis der wieder geht hier. Ah, Patience. Kann er sein Vier eigentlich wieder einpacken? Ne, du sollst ja auch nicht. Kuma soll da rein. Achso, Kuma kann Türen öffnen. Okay, kein Ding. Hm, yes. Komm, das ist ein guter Trick. Ich kann das machen. Keiner will es nicht mehr missen, ja? Und Takuma könnte gerade mal nach da oben gehen. Da steht er nämlich dann relativ sicher. So, okay. Okay, okay. Dann wird es jetzt Zeit, mich hier oben in die Richtung zu orientieren. Da ist natürlich der eine Typ oben drauf. Okay, was will ich... Hier hinten habe ich... Das ist, glaube ich, auch Munition für ihn. Das ist gut. Ich habe nämlich nur noch zwei Schuss mit seinem Gewehr. Ähm... So, erstmal Hayate rüberholen. Kein Geräusch. Dann muss ich mich irgendwie daran machen, hier nach und nach die Leute auszuschalten. Das wird, glaube ich, tricky genug werden. Oh, coiled up like a snake. Snake... Gucken wir mal, ob er jetzt in die Falle tappt. Gucken wir mal, ob er jetzt in die Falle tappt. Das ist lustig. So, sehr gut. Das hat schon mal funktioniert. Ohne, dass der hier hinten was mitbekommen hat. Ich habe das Gefühl, also es ist immer sehr befriedigend aus dem Spiel, finde ich, wenn man dann Progress zu verzeichnen hat. Finde ich immer sehr, sehr gut. Hier wäre ja schon alles frei, dass ich hier ins Wasser kann. Das bringt mir nur nichts, weil ich Takuma eh mitbringen muss. Das heißt, das nächste muss auf jeden Fall der Typ hier daumen. Warte, little June. Kannst du dich dahinter verstecken? Das ist einfach nur mal gerade ein Test. Wake up, little June. Lovely June. Jetzt? Nein, nicht noch. Das Lied wieder auf. Da war ich nicht weit genug weg. Es will, dass du getrunken. Wake up, little Trap. Was ist das, wenn ich den nicht dahinter umkriege? Okay, der wurde auch direkt davon versteckt. So, dann ist hier jetzt, glaube ich, nur noch einer oben. Korrekt. Hush! Das ist lustig. Das ist lustig. Genau. Hush! Der geht wieder da rein, oder was macht der? Hmm, sagt er, ja. Vielleicht nicht, wenn du dich irgendwie weiterbewegen würdest. Könnte ich nämlich hier rüber schwimmen und da drüben weiter von hinten aufräumen. Oh, das ist ein guter Trick, Ratstooth. Stich und stab. Entschuldige mich vielmals, wenn ich hier diese Narben vollkommen vergewaltige. Das ist gar nicht, dass da so viele Japaner beteiligt gewesen sind. So, okay. Hier ist ein Zivilist, der da rumgeht. Da geht er unten ans Wasser. Haha, let's be like fish. Ah, oh, ich will passen. Wasser geht nicht gut mit meinen Legen. Könnte ich mir vorstellen. So, hier ist leider kein Gebüsch zum Verstecken oder so. Zivilisten möchte ich eigentlich ungern umbringen. Nein. So wird das nicht geplant. Und, wake up, little knife. The fox is hunting. Silent steps. Okay, aber das ist cool. Sie hat tatsächlich so ein Bambusrohr dabei, womit sie atmen kann. Das ist sehr gut gemacht. Macht dann Sinn. Ich würde den gerne umbringen und dann hier reinwerfen. Das geht allerdings nur, wenn die gerade nicht hier ist und er mir den Rücken zudreht. Oder mit Hayato und dem Wurfstern, was das Ganze viel einfacher machen würde. Hey, na, komm. Ich weiß immer, dass ich mehrere Charaktere habe. Das macht das Ganze dann nicht unbedingt einfacher. Hm. Sieht sehr gut aus, was ihr da macht. So, jetzt warten wir mal kurz, bis die Dame wieder da unten ist. Dann kann ich den hier mit Hayatos Wurfstern beseitigen. Voraussetzt, das Timing passt irgendwann mal. Momentan passt es nämlich leider gar nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ich hoffe mal, dass sich das irgendwann einpendelt. Das wäre sonst sehr tricky für mich. Was ist hier unten oder unten? Ich glaube, im nächsten Abschnitt müsste es eigentlich funktionieren. Also, wenn sich das nächste Mal kreuzen. Sollte das klappen. Lauf. Ne, noch nicht. Dann noch einmal. Also, ich muss ihn auch hier in der Nähe vom Wasser erledigen. Also, spätestens hier. Sonst sieht ihn der Typ von hier unten. Und sie, wenn sie wieder hochkommt. Was ich mit der Zivilisten mache, weiß ich noch nicht. Dann übrigens. Dann muss ich die beiden irgendwie beseitigen. Und dann diese Insel freiräuern. Es ist noch genug zu tun hier auf jeden Fall. Ich glaube, die Zivilisten kann ich tatsächlich einfach umgehen. Ich habe den Moment jetzt gerade verpasst. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Er kommt jetzt. Sie ist gerade fertig. Das heißt, sie sollte jetzt an ihm vorbeikommen. Bevor er sich wieder umdreht. Hoffe ich. Wir sind noch zu nahe aneinander. So würde sie das hören. Müssen wir noch mal warten. Der Weg wird dann sein, auf jeden Fall die Insel zu säubern. Und eventuell die beiden irgendwie mit Shuriken und Sniper Schüssen zu erledigen. Die Insel kann ich halt von hier hinten anfangen zum Glück schon. Weil der guckt da nicht rüber, glaube ich. Das müssen wir gleich noch mal genauer angucken. So und ich hoffe, dass das Timing jetzt hier tatsächlich passt. Das hätte sicherlich wieder irgendwie einen einfacheren Weg gegeben. So geht an ihm vorbei. So. So, sehr schön. Das war schon mal gut. Dann bringe ich die jetzt eben noch hier runter. Quiet. Ja, hier kann ich auf jeden Fall anfangen von hinten. Dann habe ich da einen Beginn sozusagen. Magiator hängt kurz. Kein Problem. Das machen wir gerade noch kurz. Perfekt. Das sehen die scheinbar. Also den sehen sie, den anderen sehen sie nicht. Hätte ich vielleicht erst mal gucken müssen. Das war zu nah dran. Ich habe eben schon mal genau den richtigen Moment getroffen. Einfach durch vollkommenen Zufall. Weil hier oben noch einer steht, denn ich überhaupt nicht auf der Rechnung, dass der da runter gucken kann. Das heißt, ich muss auf jeden Fall... Oh Gott. Das heißt, es hat wirklich nur genau so gepasst, wie ich es gerade hatte. Das würde ich jetzt aber eben noch machen. Ich hätte natürlich auch wieder speichern können. Ich meine, das wäre jetzt eine Maßnahme gewesen. Natürlich nicht gemacht. Dann halt erst mal in den Busch. Der ist natürlich jetzt hier mega im Weg, auf einmal. Ich will den jetzt aber hier eigentlich echt gerne noch loswerden. So nicht. Kriege ich das einmal noch vom Timing her so hin, wie ich das eben hatte? Blades ready. Move like water. I'm going in. Hurry. Okay. Okay. So. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich weiß nicht, könnte sein, dass es ein bisschen kürzer ist als die anderen, aber wir haben dafür erheblichen Fortschritt gemacht. Ich bedenke mich fürs Zuschauen. Morgen ist hellig Abend. Verbringt den Tag mit eurer Family untergleichen. Es kommt trotzdem eine Folge. Könnt ihr dann irgendwann gucken. Und dann bis dahin. He's being gone. Ciao. Vielen Dank.